ich bin jetzt in der mebis lernplattform teil der bayern cloud die schüler haben ganz viele hier sind so aufgaben gemacht und mir geht es um den export wie bekomme ich so eine punkte bewertung als excel tabelle also ich erzähle erst wie man aufgaben bewertet wie man das exportierten noch ein paar tricks und los geht so einführung wenn ich auf bearbeiten klicke und dann auf aktivität anlegen ist sind bin ich ja bei aufgabe ja und die lege ich an und die schüler geben was ab und dann haben von den 23 schüler innen haben 21 was abgegeben und ich kann zum beispiel auf diesen punkt alle abgaben anzeigen klicken und kann dann alle abgaben herunterladen oder ich klicke auf bewerten wenn ich auf bewerten klickt dann bin ich hier bei den einzelnen schülern hier habe ich die erste schülerin die hat hier was abgegeben da gebe ich 100 punkte und 100 von 100 und speichern nächstes anzeigen ich mache sie immer online also nicht runterladen je nachdem wie man es mag dann habe ich gebe ich alle ab und fertig wenn ich das gemacht habe also alle habe ich bewertet gehe ich wieder zurück also das ist auch immer hier oben da kann ich hier kurs zurückgehen auf den kurs ja und dann gehe ich zurück auf bewertungen da ist schon mal alles eigentlich ganz nett also hier sind die namen des schüler und hier sind alle punkte ja hier nur 50 hier 0 und so weiter aber ich lade das gern runter als excel tabelle weil ich das unübersichtlich finde so das runterladen funktioniert so ich klicke das ist hier ja bewertungsübersicht also dahin klicken und runter und auf export wenn ich dahin geklickt habe dann auf dieses bei diesem checklisten export dahin klicken und ich nehme immer die excel datei obwohl ich lieber office nutz also auf das auf diesen drei klicken und auf die excel datei nächstes jetzt also export nach excel datei muss ich klicken auf alle einstellungen damit ich wirklich runterladen kann also hier hin klicken nächstes da runter scrollen und da gibt es unten dann diesen knopf den ich will herunterladen dann bekomme ich die excel datei die ich wollte mit hier das sind die ganzen schüler namen das sind meine ganzen punkte und aufgaben und so weiter da freut sich natürlich so ein mathe lehrkraft wie ich und noch so ein klein also ich nutze natürlich ich baue jetzt hier diesen mittelwert ein der ist nicht automatisch drin mittelwert und dann habe ich hier so den mittelwert über ein bestimmte aufgaben also erst lösche ich die aufgaben die mich gerade nicht interessieren und dann mache ich diesen mittelwert befehl und dann weiß ich wie gut waren die ungefähr noch und ja genau noch wichtig null heißt bei mir nicht abgegeben und fehlend heißt war krank das heißt wenn jemand krank war bitte ich die schüler hier also dieser schüler war krank der gibt den zettel ab und da steht ich war nicht da und dann mache ich hier keine nummer rein und beim mittelwert stört es dann nicht ja das verschlechtert sein mittelwert nicht einfach keine keine bewertung passt schon ich kann im notenbuch nachschauen wenn ich sie nicht glaube was da los war genau wichtigster tipp wenn ich sowas bekommen also dann macht es schnell ja also die bewertung zwischen 0 und 100 punkten da kann man da zwei stunden rum arbeiten aber bei 30 schüler schülerinnen ich empfehle also wirklich mut so eine korrektur möglichst zügig zu machen ein zwei sekunden einmal drauf gucken so ein paar sachen schnell machen und die zeit eher in den unterricht stecken zeit in die arbeit mit den schüler innen stecken und nicht in diese ewigen korrekturen das muss wirklich zack 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 fertig sein so und das war's schon und das war's schon